Siehste, jetzt bin ich gerade reingekommen. Ja, hallo, 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 hinter dir! T-T-T-A-N-S-S-H-O-F-O Hallöchen Leute, der Shuffle ist da, alles klar und herzlich willkommen hier zu Part 1 von The Code 3 End. Nur so darf man das aussprechen, jawoll. Ich spiele heute zusammen mit dem Zana. Hallöchen Leute. Genau, ja. Ich bin eine Unterstützung heute. Genau, der Zana ist die gute Unterstützung, die ich wahrscheinlich auch brauchen werde, weil wer die ersten beiden Maps schon gesehen hat, ich blende sie hier mal oben links und rechts ein. Einmal The Code 1 oder The Code halt und The Code Infinite waren schon die Vorgängerversion. Das ist jetzt die zweite Fortsetzung und ja, wer die Maps kennt oder beziehungsweise wer schon mal eine Folge davon gesehen hat, der weiß, das ist der größte, geilste Scheiß, den man eigentlich in Minecraft machen kann. Und ich denke mal, wir werden hier nichts anderes erwarten können. Oh, die Musik ist bei mir richtig laut. So, nehmen wir ein bisschen weiter runter. So, und ich würde sagen, wir gehen auf den Server, oder? Ja, ich bin schon drauf. Ich stehe schon hier rum. Alles klar. Warte. Die Musik ist bei mir extrem laut. Ich sehe schon einen epischen Amboss. Okay, gut, warte, 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 nein, du bist, hallo, 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 okay, wir hoffen natürlich, dass das, äh, passiert hier noch irgendwas? Was denn? Ach, da ist ein Ausgang, nee, du stehst vorm Ausgang, ich sehe nix, ich dachte, wir sind hier im schwarzen Raum. Hör mal an, was für ein Rätsel wird es sein. Okay. Was müssen wir machen? Okay. Also, ich habe ein Blatt Papier, warte, 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 ähm. Ich habe auch ein Blatt Papier. Das ist auf jeden Fall, oh, guck mal hinter dir. Aber da steht eine Zahl drauf. Guck mal hinter dir. Was denn? Du bist es ja gar nicht gewöhnt, ne? Was? Ja. Alter, was ist das denn? Äh, das ist übrigens noch das geringste, geilste. Das geht nachher, das geht nachher noch richtig ab. Du wurdest teleportiert. Okay, krass. Das geht nachher noch richtig ab. Okay, pass auf, aber, was steht auf deinem Zettel für eine Zahl drauf? Auf meinem Zettel steht, äh, 35,7,92. Ähm, das funktioniert so, also, ähm, wir sind hier wieder beim Setting von der ersten und auch eigentlich von der zweiten Map. Also, die erste Map lief, warte mal, die verlief so, weil du kennst die ja noch nicht. Da ist mal hier die Räume durchgegangen, zwei, und wenn man das halt das Rätsel in dem Raum gelöst hat, dann ist man immer in den Raum weitergekommen, ne? Und manche Rätsel, die haben sich auch über Räume überschnitten, also echt geil. Das, äh, die zweite Map, die handelte dann hier, die hieß auch die Code Infinite, da hat man halt hier diesen, diesen Teil rausgeschnitten, du konntest zwar auch nach links und rechts sehen, konntest aber nicht weitergehen, und da hattest du vor allen Dingen hier viel damit gemacht, und jetzt, äh, ja, entweder, ich glaub mal eigentlich nicht, dass wir hier was machen müssen, obwohl ich sehe überall einen Knopf dahinter. Also, hm, ich weiß es nicht. Ja, ich bin gespannt auf jeden Fall. Ich bin gespannt. Ja, hier ist ein Kuchen, und ich glaub, der Knopf, das war immer ein Hinknopf, also wenn man nicht weiter wusste, in einem Rätsel, hat man den gedrückt. Wow. Der Amboss ist gerade so ein bisschen durch die Gegend gejumpt. Achso, okay, gut. Und ich würd sagen, dadurch, dass wir einen Code in der Hand halten, tun wir den einfach hier rein. Okay. What? Okay. Ah! Was geht bei dir ab? Ah! 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 Lol. Hast du auch einen Schwein? Ja, ja, ich hänge kurz. Was geht ab? Oh, krass. Alter! Oh, ne, wie. Boah, das sieht hier geil aus. Oh, nice one, Alter! Alter, ist das schick. Aber mir lädt es ein bisschen nach. Ohne Scheiße. Okay, die Code Nummer 3. Also, okay, das Intro war schon geil. Okay, wir sind wieder woanders. Ich hab irgendeinen Effekt. Okay, da haben wir jetzt einen Knopf. Ich hab auch irgendeinen Effekt. Okay, wir haben einen Knopf, oder? Okay, hier tropft Lava von der Decke. Achtung. Das ist glaube... Warte, 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 siehst du das? Komm mal, komm mal her. Ja, wir wurden geportet. Wir wurden geportet. Das ist krass. Guck mal, jetzt bist du weg. Warte mal, guck mal, bleib mal hier, bleib mal hier. Bleib mal hier. Tschüss. Komm weg. Du bist ganz hinten. Du bist ganz hinten gewesen. Krass. Okay, ähm... Gut, was haben wir denn hier Schönes? Also, es hat irgendeine... Hier ist Holz. Die Frage ist, teleportiert man sich jetzt hier mal weg, oder? Ja, ja. Ja. Hier ist ein Dispenser. Hier ist eine Schaufel. In Dispenser. Schaufel. Okay. Ich hab die jetzt mal weggenommen. Die geht gar nicht. Kann ich mir gar nicht wegnehmen. Jetzt. Okay. Und jetzt? Okay. Und jetzt, wenn wir jetzt zurückgehen, dann... Hier ist ein Dirtblock. Oh. Boah, das ist richtig. Keine Ahnung, ich denke mal. Und jetzt? Kann ich das hier eigentlich auch wegmachen? Ja. Oh, don't. Wißt du es? Ja. In dem Chat? War nicht gut. Ähm... Was müssen wir denn jetzt machen? Jetzt haben wir einen Dirtblock hier. Äh, hier geht's rein. Ach, warte mal. Hier geht's rein. Wir haben den Dirtblock... Ah, ich weiß, glaube ich. Du... Hm. Du... Wir haben... Ja. Irgendwas ist passiert. Ach so, wir haben den Dirtblock zerstört und in dem anderen Raum ist der Dispenser verschwunden, oder was? Richtig, anscheinend. Okay, und dann fass ich hier... Ich drücke mal auf den Knopf, was passiert. Oh. Oh, ich hab ne Map. Hä? Ich bin in dem Loch. Lol. Wo bist du denn jetzt? Ich bin in... Ich bin in einem Extra-Raum. Hä? Also hier ist irgendeine Map mit irgendwelchen seltsamen Symbolen? Also ich hab jetzt hier so ein Dings abgebaut. Komisch. Wow, nein! Ich glaube, ich muss hier rein, oder? Ich bin gerade gestorben. Ja, ich bin wieder hier. Okay? Okay. Okay, pass auf, ich zeig dir eben kurz, was ich gemacht hab. In dem Raum findest du ne Pickaxe, ach ne Axt drin, ne? Ach so. Ach, die ist für das Holz bestimmt. Genau, und das Holz hab ich jetzt schon abgebaut und bin dann wieder zurückgegangen. Und wenn die jetzt springst, dann kriegst du so einen Jump Boost. Ich komm höher. Genau. Ah. So, und jetzt sind wir hier. Und jetzt ist... Warte mal. What? 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 Also egal wo du hingehst, du bist immer weggebrochen. Ja, das ist immer so. Komm mal her, komm mal her. Ich weiß nicht, wie ich zurückkomme. Cool, guck mal. Ich weiß nicht, wie ich zurückkomme. Komm, ich hab dich verloren. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Ich weiß es nicht. Bist du die Leiter hoch? Nein, ich bin... Hier ist ein Dispenser. Ich renne gerade in... Ach du heilige Kacke, ich hab irgendeine Scheiße gebaut. Die Map wird so schlimm. Warte mal, das sieht man hier. Also aus der Perspektive sieht er das richtig. Da unten ist es heller. Und jetzt wird es ein bisschen... Tom, ich weiß nicht, wie ich zurückkomme. Da! Ah, hallo. Ja, ich glaube, ich könnte vermuten, dass du in die Lava springen müsstest. Nee. Doch? Nein. Mach mal. Ja, ich wette, ich bin jetzt zurück, oder? Ja, ich bin wirklich zurück. Ist so. Okay. Okay, also Lava... Was soll ich... Alter. Lava stellen als Weg zurück. Okay, ich komme mal wieder zu dir. Wo bist du? Hier. Ähm. Warte mal, irgendwas muss jetzt hier passieren. Warte mal, hier ist nochmal so ein Knopf. Wow, 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 wow. Ich habe wieder eine Map. Wow. Lord, ich habe drei Maps gekriegt. Ey, die Map holt sich weiter auf. Jo. Oh, was ist das? Was ist... Hä? Solltest du irgendwas darstellen? Frage ist, wo sind wir? Und warum liegt da Stroh? Nee, nee, du bist in einem Mapraum. Du musst immer wieder sterben. Okay. Das ist quasi wirklich... Okay, also... Guck mal, so kannst du dich teleportieren. Aber hier unten ist noch Wolle. Ne? Hier unten ist Wolle. Ja, nein, ich stehe schon wieder in der Lava. Wo bist du? Guck mal, hier unten ist Wolle. Wir müssen anscheinend noch irgendeine Schere finden oder so. Wo bist du? Bist du nochmal gestorben? Nee, nee. Ich gehe jetzt wieder... Ja, ich sterbe gleich nochmal, weil ich hier so oft runterfalle. Ich bin jetzt hier wieder in dem Dingsraum, wo ich gerade in die Lava... Wo bist du? Du bist viel zu schnell. Du haust immer ab. Ja, irgendwie... Warte mal, irgendwie ist das hier ziemlich... Wow. Ich bin jetzt bei dir wieder. Wow. Also du bist jetzt wieder abgehauen, siehst du? Ja, das ist... Jetzt bin ich gerade reingekommen. Komm, komm, komm. Ja, hallo, hallo, hallo. Hinter dir! Weiter! Nein, du gehst weiter und wirst nochmal teleportiert. Du denkst, ich gehe weiter. Ja, nein, aber du bist... Doch, du bist gerade weiter. Geh einfach zurück. Komm zurück. Genau. Komm zurück. Komm zurück. Komm her, komm her. Jawoll, hier bin ich. Hallo, hallo. So, guck mal. Ich war gerade hier hochgegangen, weil ich wissen wollte, was da ist. So. Und was ist hier? Ein Raum. Fucking schau. Guck mal, dass hinten, wie das blinkt. Ja, das ist wegen Night Vision. Ja? Das ist, weil Night Vision ausläuft. An demn ist das Penser hier oben, ist gar nichts drin. Okay. Hm, komisch. Mal erstmal runtergehen. Ähm. So, warte mal. Du bist jetzt hier weitergegangen. Komm, wir gehen jetzt einfach Hand in Hand. So. Okay. So, hier in den nächsten Raum. Wir wurden teleportiert schon wieder. Hier ist irgendwie gar nichts, glaube ich. Okay. Hier ist eine Druckplatte. Aha. Ich würde sagen, ich betätige einfach mal diese Druckplatte. Ja, geh mal drauf. Alles klar. Hä? Was müssen wir machen? Okay, lass mal weiter. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Wie war denn das? War das so? Nee. Egal. Warte, ich geh mal einen Raum weiter. Das hatte ich schon mal, das hatte ich schon mal mit Bildern. Also ich, ich erinnere mich gerade so ein bisschen zurück an die, okay, ist auch wieder nichts, oder? Du musst, okay, guck wirklich in jede Ecke. Da oben ist was. Oh. Hier kannst du hochspringen. Ah. Oh, da sind Knöpfe. Ach, du musst da einen Knopf drücken. Knöpfe, 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 Knöpfe. Oh Gott. Ich habe einen gedrückt. Hier sind aber viele. Drück noch einen. Ja, jetzt haben wir alle drei gedrückt. So, pass auf. Das sind fünf Knöpfe, glaube ich, oder? Ja, drück mal, drück mal die Knöpfe. Habe ich. Ich habe die Druckplatte nochmal bitte. Ja, nee, das bringt nichts. Guck mal, hier oben, hier oben, hier oben ist ein Dispenser mit einem Blatt Papier. Wo bist du denn? Ich bin, komm mal einen Raum zurück. Hier, hier ist ein Dispenser mit einem Blatt Papier. Aber ich glaube, das bringt uns gar nichts weiter, weil da steht nichts drauf. Okay, gehen wir mal wieder einen Raum weiter. Da ist ein Knopf. Okay. Also, was ist das? Warte, warte. Okay, weiter, weiter. Was ist das hier? Uh, uh, guck mal, guck mal, guck mal. Na, warte, eine Druckplatte auf Kopf. Aber was ist das? Warte mal. Okay, ich habe das Gefühl, wir sind hier gleich in einer Endlosschleife. Nee, hier geht es weiter. Huch. Wie krank. Boah, krass, Alter. Hä, hätte ich gar nicht gedacht, dass man die so rum aufstellen kann. Nee, ich auch nicht. Ich weiß auch nicht, was hier abgeht, ey. Alter, warte. Okay, warte mal, was ist denn das hier? Ist ja irgendwie lauter, lauter Zeichen. Hä? Was denn? Ich wollte die gerade nochmal aufrufen. Ja, lol. Das ist ein Rätsel. Komm mal, komm her, komm her, komm her. Ach, du kannst jetzt Enter drücken, ne? Nein, Quatsch. Komm her, pass auf. Ja, oder T drücken. Nein, nein, nein. Mach T, genau. Und geh über die Buchstaben mit deinem Mauszeiger. Das ist hier Galgenmännchen. Ach, du Heilige. Siehst du das? Okay, gut, warte, warte. Sag mal, wie viele Striche jedes Wort hat. Ich mache einfach mal so eine Strichliste und dann arbeite ich den Zustand. Also, okay, das erste Wort hat drei Striche. Okay, eins, zwei, drei. Dann Leerzeichen. Und dann haben wir eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Okay, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Okay, und das letzte hat? Dann wieder Leerzeichen. Und dann eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Okay, gut. Ich gehe jetzt einfach mal alles durch. Also, das zweite ist ein S. Eins, zwei, drei, Leer, dann T. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Und dann Y. Dann das dritte ist L. Okay, also, wir haben quasi jetzt mehrmals sowas gedrückt. Und das ist immer wieder ein anderer. Das ist geil. Das geht schon wieder so geil los hier. Schon wieder richtig Bock. Das ist ja übel. Ja, das ist echt übel. Aber was ist mit dem Zettel? Ich glaube, können wir den vielleicht für sowas benutzen? Ich nehme den mal aus dem Dispenser eben raus, ja? Ich glaube, der ist für ein, der könnte wir doch für ein Code sein, weil so ein Ding ist im Endeffekt, ich glaube, das ist ein Code, was wir hier haben. Und der gibt uns gleich irgendeinen Hinweis. Warte. Habe ich jetzt alles aufgeschrieben? Ja, aber den Zettel eben rausgeholt, ne? Ja, ja. Eins, zwei, drei, vier, E. Okay, warte, ich gehe jetzt einfach alle Buchstaben durch. S, T, Y, L hatte ich schon. M, hier habe ich noch M. M, R, 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 M, M, U. Okay, ja, ja, das ist gerade ziemlich lustig. Okay, also ich habe jetzt, warte mal, eine Stunde, nee, eineinhalb. Hast du noch U, L, C, S? Ja, warte mal, U, ja, ja. L, C, S. Okay, also entweder Multiplayer Colors. S, 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 also am Anfang, SC, irgendwas am Anfang. Oh, mh, mh, wie geil, wie geil. Was denn? Pass auf. Escape Multiplayer Colors. Okay, auf in die Optionen. Okay. Auf in die Optionen Multiplayer Settings, macht die ihr Colors auf Off. Okay. So, und jetzt nochmal aufrufen. Okay, das nochmal gleich. Was nochmal aufrufen? Übrigens, bei dem Don't steht zum Beispiel auch Break Lambs da. Ja, habe ich gesehen, habe schon gesehen. Aber jetzt müsst ihr eigentlich... Warte mal, ah, warte mal, vielleicht gehen wir jetzt nochmal zu dem letzten Raum hin. Ja, ja, jetzt kommen, jetzt kommen, jetzt kommen, jetzt kommen nochmal raus. Hä? Jetzt kommen nochmal raus, komm zurück, komm zurück. Wo bist du? Nicht im Ernst, oder? Doch, jetzt kommen... Oh, das war die ganze Zeit der Code. Der wurde bloß als so ein Buchstabensalat angezeigt. Wo bist du? Achso. Warte, 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 warte. Okay, also wir müssen jetzt alles nochmal durchgehen. Ich bin jetzt nochmal ganz zurückgegangen. Okay. Ja, ja, warte, ich komme auch gleich ganz zurück. So. Ich bin jetzt bei der Leiter. Das ist voll, ja, ja, das ist voll schlimm mit dem Hin- und Her-Gebohrte. Okay. Ähm, wie viel haben wir? Los nochmal. Also. Okay, also wir gehen zur Druckplatte. Genau, Nummer 1. Die Druckplatte sagt 3. Die Druckplatte sagt 3. Das ist, glaube ich, jetzt auch die Reihenfolge, die wir hier haben. So, was haben wir hier noch gehabt? Hier war nix, ne? Ist hier wirklich nix? Überall gucken, überall gucken. Hier haben wir den Dispenser gehabt. Da ist wieder ein Blatt Papier drin. Ne, ne, ne. Du hast die Dings vergessen hier, wo wir hochspringen können und die Knöpfe. Echt jetzt? Ach, hier. Oh, scheiße. Ich glaube, wir müssen eine Reihenfolge einhalten. 6. 6. Okay, ich glaube, die sagen alle 6. Das ist irrelevant. Okay. Also 3, 6. Aber er hat noch bloß 4 Zeichen. Dann haben wir den Button hier. Genau. Er sagt 2. 2. 3, 6, 2. Ja, noch die Druckplatte oben an der Lampe. Hier. 3. 3, 6, 2, 3. Da fehlt aber noch eine. Das sind immer 5. Oder sind es nur noch 4? Das wäre aber gegen die Regeln. Hier ist aber gar nichts mehr gewesen. Ne, da kommen wir nicht hinter. Oder ist da noch irgendein? Das sieht voll geil aus. Ohne Scheiße, ich verstehe es nicht. Das ist richtig krass. Das ist krass. Also der Typ hat richtig was drauf, wenn es ums Map bauen geht. Okay, wir gehen, würde ich sagen, nochmal ganz zurück. Warte mal, hier, Anne, die Druckplatte hast du gehabt, ne? Da war da noch der. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir einfach irgendwas nicht gesehen haben. Wir haben alles, glaube ich, sogar gesehen. Wir müssen bloß, warte mal. Hier vor allem. Ist hier noch irgendwas in dem Raum? Ich bin jetzt wieder bei der Lava, übrigens. Ja, ich komme. Also ganz schön sofort da. Nein, nein, nein. Ach, egal. Ich sterb. Ich bin gestorben. Warte, ne, ich komme sowieso gleich wieder. Warte mal, hier oben ist ja noch die Leiter, ne? Nach oben. Vielleicht ist hier noch irgendwas drin. In dem Dispenser ist nichts drin. Warte mal, eigentlich ist der Dispenser hier drunter. Ey, in diesem riesengroßen Raum, ne? Da ist ein Button unten links in der Ecke. Ist aber nichts. Ich habe echt absolut keine Ahnung. Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Ist doch lustig, wenn du jetzt... Ne, warte mal, warte, 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 warte. Bah. Pass auf, pass auf, pass auf. Wo bist du jetzt ganz hinten? Wir sind doch... Ich bin bei der Lava. Ich bin wieder... Scheiße. Komm mal her, komm mal zu der Lava. Ja, warte, ich komme zurück. Oh, ist das verwirrend, ey. Das ist... Das ist... Das wird richtig schlimm, glaube ich, noch. Wenn das schon so anfängt, Alter. Das ist jetzt hier noch der Anfang. Okay, wo bist du? Ich bin bei der Lava. Hier, da, da, hier unten. Ah, da, hier. Hä? Wir sind... Ja, ich bin... Nee, ich bin noch... Ähm... Ich gehe jetzt da unten durch und dann komme ich wieder da oben durch. Hier. Ich bin ja von da hinten gekommen, ne? Da, wo der Dings ist, so. Aber warum zum... Ich habe mich gerade gefragt, warum ist hier ein Dispenser? Weißt du noch, wo wir hier hochgegangen sind? Ja. Hier war ein Dispenser mit einem Käfig. Fast durch die Lava. Kommst du zu dem Dispenser? Ja, da ist eine Schere drin. Nein, ich bin verbrannt. Äh, ist da noch eine? Nee, das... Ja, doch. Ja. Jawohl, jawohl. Nee, warte, warte. Ach, das muss doch gehen. Gib die her. Nein, jetzt... Warte, stell dich in die Ecke. So. Jetzt, jetzt haben wir... Ja, jetzt, jetzt, los, komm. Cutten, cutten, cutten. Cutte, cutte, cutte wohl. Nein, scheiße. Wo denn? Nein, wir müssen sterben, wir müssen sterben. Warum? Dann ist alles weg. Nein, ist es nicht. Du behältst das... Du hast da auch noch deine Schaufel und deine Axt. Ach, stimmt. Jo, stimmt. So, komm, jetzt, jetzt runter. Oder was? Ja, hier war es. Inventory. Ja, ja, ja. Ah. Geil. Okay, und hier? Oh, oh. Ist es hier? Oh, oh. Huch. Okay, hier ist irgendwie... Okay, neuer Raum. Oh nein. Ist es ein Jump-Rätsel? Yes. Oh nein, das ist kein Jump-Rätsel. Okay. Hä? Hä, was hast du gemacht? Keine Ahnung. Musst du da hochgehen? Okay.